Guten Abend allerseits, wie geht es euch? Ich hoffe, es hat einen schönen guten Abend, alles von mir ging gut. Trotzdem, ich war eingetreten in einem Grupp, in einem Grupp der Deutschsprachländen. Ich weiß nicht, ob ich es so sagen soll, aber ja, besser, dass ich mich verlassen habe. Aber ich hätte mit ihnen untergehalten und es war auch ein Thema, das ich nicht möchte, dass ich in der Offenheit darüber rede und ich sollte es eher auch im Privatnachrichten machen. Und ich habe der Administrator gefragt, ob er mich noch einmal hingehen konnte. Und er hat gesagt, nein, du kannst es nicht, ich tritt es noch einmal. Und ich dachte, schade, weil diese Gruppe könnte mich, diese Gruppe könnte mich besser mit meinem Deutsch, super besser. Also, naja, aber besser, dass es nicht geklappt hat. Was noch? Heute, ich bin viel geschlafen, habe ich viel geschlafen. Ich wollte, ich wollte, um den Golfkurs zu laufen heute, aber es ist ein bisschen kalt und es ist dunkel. Also, ja, ich hoffe, ich werde morgen, um den Morgen zu laufen. Und dann werde ich glücklich sein. Ja, es wäre schön, dass ich, aber, aber, naja, ich soll fit sein, aber, muss noch arbeiten. Es geht besser, meine Sonne ist ein bisschen besser geworden. Gott sei Dank. Ja, das ist alles. Ich fange mit meinem Kurs, meine vier Wochen an und, aber, ja, ich muss mal schauen, was es gibt. So, ich würde sagen, ich kann schon eine gute Nacht und auf Wiedersehen.